So richtig hat sich die Marke Poco in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Gefühlt steht sie immer noch im Schatten des großen Bruders oder der großen Schwester Xiaomi. Trotz meiner ganzen Videos. Egal, dieses Jahr gibt es übrigens kein M5 Pro, wie man meinen könnte, sondern ein Poco M5S. Wofür das S stehen könnte und warum ich mich für das S-Modell entschieden habe und nicht für das normale M5, erfahrt ihr im Video. Tatsächlich ist das Smartphone verglichen mit den meisten Wettbewerbern, wie zum Beispiel dem Samsung Galaxy A13 5G, recht kompakt, aber auch verglichen mit seinem direkten Vorgänger, dem Poco M4 Pro. Das Smartphone hat hier eine Länge von 160 mm an der langen Seite. 74 mm haben wir hier unten und es ist 8 mm dünn. Außerdem wiegt es nur 178 Gramm. Nur das Samsung Galaxy A23 spielt in einer ähnlichen Größen- und Gewichtsklasse. Die Rückseite ist dabei aus Kunststoff, welcher im Falle des weißen Modells angenehm mattiert ist und damit eben keine Fingerabdrücke anzieht. Hinten ist wie immer der prägende Schriftzug zu sehen, der den Kamerabuckel hier optisch etwas verlängert. Dieser ist aber nur aufgedruckt. Der wirkliche Kamerabuckel ist nur hier zu sehen. Der steht auch nicht wirklich weit heraus. Außerdem sind auch die Linsen schön eingefasst hinter diesem Glas. Hier steht dann übrigens noch Ultra Premium. Also ganz so euphorisch würde ich es jetzt nicht formulieren, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Der Rahmen wiederum ist aus etwas glatterem Kunststoff, aber nicht rutschig. Die Front ist aus Gorilla Glass 3. Wer hier noch etwas mehr schützen möchte, kann das im Lieferumfang enthaltene Case verwenden. Die Sprachqualität des Smartphones am Ohr ist gut. Auch die Stimme wird recht natürlich transportiert. Hier oben seht ihr dann übrigens die Selfie-Kamera, die hier recht schön eingefasst ist. Auch der Rest des Stereo-Lautsprechers macht wirklich Spaß. Man kann dieses Smartphone laut aufdrehen, ohne wirklich sich die Ohren zuhalten zu müssen. Außerdem gibt es hier auf der rechten Seite auch noch einen 3,5 mm Anschluss für eure Kopfhörer, der sogar auch FM-Radio ermöglicht. In der Mitte dann der USB-Type-C-Anschluss mit USB 2.0, mit dem ihr natürlich Daten übertragen könnt, aber auch den Akku laden. Der hat in dieser Preisklasse durchschnittliche 5000 mAh. Man muss sich also keine Gedanken mehr machen über einen leeren Akku. 1,5 bis 2 Tage sollten da schon drin sein, auch wenn das Smartphone sparsamer sein könnte. Es ist dabei aber auch wieder schnell geladen. Es unterstützt einen Laden mit 33 Watt Fast Charging. Das passende Netzteil lag bei mir zumindest dabei. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es bei Poco im Shop für eher symbolische 2,99 Euro dazugekauft werden musste. Finde ich eigentlich eine gute Lösung. In 30 Minuten kann das Smartphone dann von 0 auf 64 Prozent geladen werden. In etwas über einer Stunde ist es dann komplett voll. Wesentlich schneller als viele andere Smartphones in dieser Preisklasse. Der interne Speicher beträgt entweder 64 oder 128 GB. Auch beim Arbeitsspeicher habt ihr die Wahl zwischen 64 und 128 GB. Ich habe mich für die größte Version mit 6 GB und 128 GB entschieden. Ja, was kostet die Welt? Der Arbeitsspeicher lässt sich dann per Software sogar noch auf bis zu 8 GB erweitern. In beiden Fällen handelt es sich übrigens um den etwas schnelleren UFS 2.2 Speicher. Hier gibt es bei den Top-Modellen natürlich schon schnellere Speichergeschwindigkeiten. Aber für ein Smartphone dieser Preisklasse ist das in Ordnung. Hier an der Seite könnt ihr den Speicher dann auch nochmal mit einer MicroSD um bis zu 1 TB Speicher erweitern. Auch wenn zwei SIM-Karten genutzt werden. Es gibt also drei Slots. Einen Infrarotsender gibt es bei diesem Smartphone auch noch. Der befindet sich hier oben, mit dem ihr dann eben zum Beispiel eure Geräte bedienen könnt. WLAN AC, NFC ist auch noch im Paket. Genauso wie eine IP53-Zertifizierung. Das Smartphone gibt es in weiß, wie ihr es hier seht. In grau, in blau und noch im ikonischen Gelb, für das ja Poco so bekannt ist. Ich muss da natürlich nicht lange überlegen, welche Farbe ich lieber gehabt hätte. Aber das weiß ist auch in Ordnung. Die auf dem Gerät installierte MIUI-Oberfläche liegt in der Version 13 vor. Diese Nummerierung bedeutet aber nicht automatisch, dass auch Android in der Version 13 vorinstalliert ist. Leider ist das hier immer noch Android 12. Die Sicherheitsupdates sind vom Dezember 2022. Stand Ende Februar 2023. Wie lange es genau Updates geben wird, da lässt uns Poco so ein bisschen in unklaren. Es sieht danach aus, dass es wohl nur noch ein Update auf Android 13 geben wird. Sicherheitsupdates wird es aber sicherlich länger geben. Hier ist Samsung dann klar im Vorteil, vor allem da Smartphones ja doch mittlerweile länger verwendet werden. Als Prozessor verbaut ist der MediaTek Helio G95. Dieser ist mittlerweile in einigen Geräten dann auch verbaut. Ist aber auch nicht wirklich ein neuer Prozessor. Ich kenne ihn zum Beispiel schon vom Redmi Note 10s. Noch älter und erst recht nicht taufrisch ist dann die GPU dieses Smartphones. Die ist zum Beispiel schon aus dem Jahr 2018. Im Vergleich zu den Wettbewerbern kann das Smartphone trotzdem immer noch recht gut mithalten. Wenn wir uns das Ganze hier so anschauen. Allerdings habe ich auch die Version mit den 6 GB RAM, bei denen die Apps dann im Hintergrund auch noch länger geöffnet bleiben. Auf jeden Fall ist die Performance besser als zum Beispiel beim Galaxy A13 5G. Auch unter Volldampf wird dieses Smartphone übrigens nicht warm. Nichts für mich, ich habe eigentlich immer kalte Hände. Wenn etwas bei diesem Smartphone nicht flüssig laufen sollte, dann kann das gut daran liegen, dass wir hier nur ein Display haben mit 60 Hz Bildwiederholrate. Und das sind wir mittlerweile einfach nicht mehr gewohnt, auch nicht mehr in dieser Preisklasse. Dafür hat Poco hier ein anderes Ass im Ärmel. Denn wir haben hier ein AMOLED statt eines LCDs wie in den meisten anderen Poco oder Xiaomi Smartphones. Die Vorteile liegen auf der Hand. Besserer Schwarzwert, kräftigere Farben. Ich würde es immer einem LCD vorziehen. Ob ich es einem LCD mit 90 Hz vorziehen würde, ist dann wieder die andere Frage. Das Display hat 6,43 Zoll und scharfe 2400 mal 1080p Auflösung. Da ist alles gleich geblieben, aber wir haben ein kleineres Display. Also ist die Pixeldichte höher, das Bild etwas schärfer. Auch die Blickwinkelstabilität bei diesem Display ist gut. Bei Sonnenlicht kann das Display bis zu 1100 Nits hell werden. Das ist schon beeindruckend. Durch das AMOLED gibt es auch eine Always-On-Funktion oder hier auch genannt immer eingeschaltetes Display. Das ist zumindest, ja, sagen wir mal eine Lüge. Denn wenn wir hier das immer eingeschaltete Display einschalten, dann gilt das Ganze nur für 10 Sekunden nach dem Tippen. Dann ist diese hübsche Animation, die wir hier zweifelsfrei haben, dann auch schon wieder weg. Viele Apps sind hier vorinstalliert. Das Schöne ist allerdings, dass ihr eigentlich alle deinstallieren könnt. Wenn das Deinstallieren mal nicht funktionieren sollte, liegt es eigentlich daran, dass es sich hier um eine System-App handelt. Wie zum Beispiel in diesem Fall. Da wird dann einfach das Icon vom Home-Bildschirm entfernt. Und ihr könnt diese Einstellung dann auch nur noch im Einstellungsmenü öffnen. Auf der Seite habt ihr hier einen Fingerabdrucksensor, der das Gerät zuverlässig entsperren kann, sich dabei aber schon auch seine Zeit lässt. Statt Dual-Kamera gibt es nun doch wieder ein Quad-Kamera-Setup. Dieses besteht aus einer 64 Megapixel Haupt-, 8 Megapixel Ultra-Wide-, 2 Megapixel-Makro- und Tiefenkamera. Standardmäßig werden die Fotos mit knapp 16 Megapixel geschossen. Es gibt hier aber auch die Möglichkeit, auf einen 64 Megapixel-Modus zu wechseln. Generell gibt es hier einige Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr eure Fotos dann auch aufwerten könnt. Zum Beispiel gibt es hier eben die Möglichkeit, Filter- und Verschönerungseffekte dann auch zu nutzen. Viel wichtiger finde ich allerdings die weiteren technischen Daten, denn wir haben hier eine 1.8er Blende und einen Autofokus. Wenn wir zu den Videos springen, haben wir hier die Möglichkeit, mit 4K und 30 FPS aufzuzeichnen. Auch Slow-Motion gibt es mit 720p mit bis zu 960 FPS. Auch einen Nachtmodus gibt es, der die Bilder der 64 Megapixel-Kamera nochmal etwas aufhellen kann. Diesen gibt es allerdings nur bei dieser 64 Megapixel-Hauptkamera. Nicht zum Beispiel, wenn wir uns hier die 8 Megapixel-Ultra-Wide-Winkel-Kamera anschauen mit ihren 118 Grad und einer 2.2er Blende. Die macht auch ganz ordentliche Bilder, aber wie ihr es hier dann auch schon sehen könnt, gibt es einfach keinen Nachtmodus. Und bei weniger Licht baut dann die Qualität einfach ab. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier oben auf die Makro-Linse zu wechseln. Die bietet 2 Megapixel und eine 2.4er Blende und einen Fokusabstand von 4 cm. Und da muss man dann auch sagen, dass es meistens mehr Sinn macht, auf den digitalen 2 Megapixel-Zoom zu setzen. Auch von der 2 Megapixel-Tiefenkamera bin ich nicht wirklich überzeugt. Die liefert eben Tiefeninformationen für die 64 Megapixel-Hauptkamera an, hat auch eine 2.4er Blende und ist für die Porträtfotos zuständig. Hat mich hier in diesem Beispiel allerdings nicht wirklich überzeugt. Schauen wir uns noch die 13 Megapixel-Selfie-Kamera an. Auch die hat eine 2.4er Blende. Ganz ansehnlich eigentlich. Also die Kamera und nicht ich. Es gibt auch einen HDR-Modus, mit dem man dann nochmal etwas mehr herausholen kann. Probieren wir es einfach mal aus. Die M-Serie bei Poco beobachte ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Dieses Jahr gibt es statt einer Pro eine S-Version. Das S steht in diesem Fall wohl für Display. Dieses ist sehr hell und bietet eine AMOLED-Technologie. Außerdem ist die Ausstattung des Smartphones zu loben. Duallautsprecher, die kleine IP-Zertifizierung und das passende Netzteil zum Schnellladen liegt im Lieferumfang. Auf der anderen Seite gibt es eben keine 90 Hertz bei diesem Display und auch kein 5G. Auch das Kamerasystem bietet im Gegensatz zum Vorgänger eher wenig Mehrwert. Die Makro- und Tiefenlinse hätte man von mir aus auch weglassen können. Als Alternative von Samsung bietet sich zum Beispiel das Galaxy A23 an. 90 Hertz Display, allerdings nur LCD. Außerdem gibt es länger Updates. Auch der Vorgänger ist immer noch empfehlenswert und noch offiziell erhältlich. Das Poco M4 Pro bietet auch ein 90 Hertz LCD Display. Wenn euch dieses Video zur Entscheidungsfindung nicht ausgereicht hat oder ihr das Smartphone sogar direkt kaufen wollt, könnt ihr gerne mal bei uns vorbeischauen bei TCS in Kaufring oder Schwabmünchen, in Oberbayern oder Schwaben. Schaut doch einfach mal vorbei bei tcs24.de. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal bei unserem Facebook-Kanal vorbeischaut und uns dort folgt. Das gleiche gilt auch für Instagram und bei YouTube solltet ihr unbedingt uns abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und die Glocke aktivieren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.